also wie viele generatoren befeuern wir leute ihr konntet wählen und die werde ist geschlossen 37 wettteilnehmer sehr schön ups sollte auch spielen da scheiße jetzt darf ich wieder nicht mehr so viel rennen weil mein pöker progt Da kommen die hässlichen Raben wieder. Ich hasse die. Da hinten ist er. Nee. Der hat da gerade wen umgehauen. Kommt bestimmt hierher. Ich dachte, der will die Falle hinten hinlegen. Aber er hat wen gehauen. So, kann ich um die Ecke gucken. Ich finde den Geist auch am schlechtesten aktuell. Weil man sieht ihn ja, wenn er unsichtbar ist, auch voll gut. Aber viele Leute, pass mal auf, viele Leute sind einfach so. Glaub ich. Wenn sie aktivieren. Musst du geheilt werden? Machen wir. Das machen wir. Okay. Kannst mir später danken. Moin. Grüß dich. Zwei Fallen hier? Krass. 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 Kommt ihr mit oder wo geht ihr lang? Ja. Vorne ist der Nächste. Nice, Leute. Gute Runde bisher. Wo ist der eine? Komm mal. Idiot. weitermachen ey dass die ihm abhauen komm er kämpft doch gerade gegen einen da hinten hängt er ihn auf der scheiß Fallen Mensch wird die Fallen da eh hinlegen sorry aber das mach ich glaube ich nicht Nice sollten wir kriegen da vorne ist der Killer ne ist ein Überlebender der will es wirklich probieren na der Typ ist eh gleich tot schafft ihr nicht mehr 4 Generatoren ready mach ich alle nichts mehr auf der Karte shit wenn ich jetzt in eine Bärenfalle trete ne bin ich so mad bro ey da hinten kämpfen die was machen die da musste passieren da ist er da ist er so 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 Nice, Leute. Der andere ist davon gekommen. Konnte er sich frei wiggeln? Lol. Alter, mein Herz. Oh, Leute. Ich mach alle Gents. Das gab's noch nie. Ich hab die gesehen! Wenn ich es jetzt verkacke. Fick gerne in den... Nein. Leute, ich hab fünf Generatoren gemacht. Ich hab alles gemacht beim Team. Und jetzt werde ich... Nice one! So ein Opfer! Nein! Und der andere haut ab. Der andere haut ab! Ist das ein Bengel? Ich hab alles gemacht und der haut ab. Und ich werde jetzt aufgehangen. Das hab ich nicht verdient, Leute. Das hab ich nicht verdient. Komm! Grants! MLG! MLG! Beste Runde! Lauf! 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 Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Fünf Generatoren! Er ist in die eigene Falle gerannt. Ich hab mich weggewiggelt. Was war das denn? Was für ne Runde! Was war das denn? Alter! Wir waren mit 20.000 Punkten doppelt so gut wie der Killer und besser als alle zusammen. Alter! Wie ein gut das war! Alter! Ey, wie krass! Gibt's jetzt wieder Daily-Riddinger hier? Nee. Ey, das war die krasseste Round, glaub ich. Bis zum nächsten Mal.